Es ist Schnee, ohne Garantie. Und einmal ein Loch da unten noch zu. So, und hier kommt Schnee runter. Und hier heute eine Grabe-Geschichte, das ist hier echt der Hammer, was ich hier heute am Planieren bin. Ich muss mir erstmal eine Plattform bauen, wo ich gleich die Plattform bauen kann für den Dings. Oh, das ist hier wie so ein magisches Energiedings oder was. Das kann auch sein. Magische Energiedings sind da auch überall. Ich schmeiß mir erstmal fix alles hier rein, was wir überhaben. Äh, Sand, Glas, Äpfel, Blumen, Saat und wieder hinaus. Nee, hier geht's raus, sag ich doch. Vielleicht auch hier geht's raus. Ich hab doch Schnee fallen sehen. Äh, alter Scharfschubser. Scharfschubser. Ja. Hallo, Zungenband. Ey, cool, der guckt mich an und greift mich nicht an. Nee, der denkt auch, ach du Scheiße, der schon wieder. Ich steh jetzt hier einfach rum wie so eine Begonie und tu, als wär ich nicht da. Die Lava gefallen. Nee, ich möchte mal da raus. Ich möchte mal gucken, wo ich bin hier. Jetzt fragen Sie sich bestimmt an hier, warum ich hier so ein riesen Planierungsarbeiten mach hier. Aber ich brauche den Platz für meine Baumfarm. Ich kann natürlich auch so ein Pilz hier hinstellen, aber das sieht immer irgendwie scheiße aus. Ich kann hier mal kurz eine Runde bleiben. Das ist eine gute Idee. Hier sind Fichten. Fichten? Ja, Fichten. Und er focht mit der Fichte. Ich will jetzt mit den Fichten fochten, ja. Wir wollten das Läder. Und ich hör schon wie ein Enderman. Uhuhu, wo bist du? Ending. Das sind so die ersten Folgen so, äh, Enderman, Enderman. Und jetzt? Wo ist die Sau? Wo ist der Enderman? Wo ist der Enderman? Ich will nicht. Wo ist der Enderman? Und der denkt jetzt so, äh, ein Dennis. Sag mal, äh, äh, mal eine Frage an euch beide. In der Baumfarm, ne? Ja. Kann man da alle belieblichen Sächtlinge reinschmeißen? Ja, du kannst da sämtliche Sächtlinge reinschmeißen, die du eigentlich, äh, gebrauchen kannst. Weil ich hätt gern mal so ein, hier, so ein, so ein Fichtenbaumfarm. Bei Fichten weiß ich es nicht. Es geht mit sämtlichen Vanilla, äh, Bäumen. Das weiß ich. Fichten musst du mal ausprobieren. Kann ich dir jetzt nicht versprechen. Könne ich mir aber auch gut vorstellen. Die Randfichten. Ja, weil das ist aus, diese Baumfarm ist aus einem Mod, wo auch die Bäume herkommen. Deswegen wäre es eigentlich fast logisch, dass die auch da funktionieren würden. Nee. Ich werde mal hier ein paar Fichten fichten und dann ein paar Sächtlinge mitnehmen. Ficht doch mal mit den Fochten, äh, oder so. Fochtenfichten. Ich finde das Fichtenholz nämlich sehr schön. Ich nicht. Nee? Das dunkle Holz? Und vor allem, die bringen keine Äpfel, was ich für meine Stromproduktion unbedingt brauche. Brauchst du Äpfel für die Stromproduktion? Für Stromproduktion brauche ich Äpfel. Wir haben die Sächtlinge dafür. Ja, Sächtlinge auch. Aber ich kann keine Fichte mehr aufnehmen, weil ich hier keinen Pils mehr drin habe. Saft, wenn du Apfelsaft nimmst anstatt Wasser, bekommst du das anderthalbfache an Biomasse raus. Okay. Ich glaube, ich glaube, ich bin jetzt hier auf der Höhe, wo ich eigentlich hin will. So. Eins, zwei, drei, vier. Ach, den hab ich da auch drinne. Warum benutze ich den denn nicht? Geh ich mal hier durch. Bis hier so. Eins, zwei. Den hier wollte ich nicht. Eins, zwei, drei, vier, fünf, ja, ich kann zählen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. 15, 16, 17, 18, könnte passen. Wozu hab ich denn den Leafblower im Anzug? Um den Bäum hoch einzupusten. Ich bin in die Hülle gefallen. Das soll auch mal mit vorkommen. Ja, es ist ja gerade. Und hier war ihr, weil ich... Und ich habe gesehen, dass ich habe... Da unten ist, äh... Quarz. Quarz. Quarz kann man nicht liegen. Kann ich nicht liegen lassen? Nein, ich auch nicht. Dann sind wir ja schon zwei, die Quarz nicht liegen lassen können. Oh mein Gott! Wir werden alle sterben. Du das immer so dramatisieren musst, ne? Ja, das sowieso. Du musst hier noch einen Tief ankommen. Weil ich versenke meine Baumfarm lieber richtig schön im Erdboden. Nicht wie bei euch, das am Anfang aussah, weiß ich so. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ein Wisp! Ja, töd ich auch! Äh, nicht du, töd ich, töd ich dich, so weiter so. Waaah! Er hat Angst vor Wisp! Ja, sicher habe ich Angst, Angst vor Wisp, aber ich stehe jetzt hier in meiner... Ich nicht, ich sage, komm, Wisp, komm her, ich streichel dich. Du musst sowieso gar drunter. Du kannst mal hier Wisp jagen, wenn du möchtest. Ich habe noch keine Raygun. Warum nicht? Weil ich mich noch nicht gebaut habe. Du kannst auch gar nichts. Es klopft. Es klopft. Ach, der Wisp hat sich jetzt gerade verwispert hier. An welcher Tür klopft denn jetzt bitte ein Zombie, wenn ich hier unten oben auf dem Dings bin? Wenn ich hier unten oben auf dem Dings bin? Du hast ja wieder Ansatzbauer. An meiner Raustür klopft der Zombie. Ach, an deiner Raustür. Ich hätte jetzt gedacht, das wäre eine Haustür, aber naja, was soll's. Oh, dieser Leaf-Bloor ist auch geil. Lelele. Das ist ein Leaf-Bloor. Wie soll ich das denn? So, äh, ich bin gerade am überlegen, was ich jetzt noch brauche. Essen, essen, essen ist gut. Ich werde jetzt erstmal Farmblöcke, werde ich brauchen. Steinziegel werde ich jetzt erstmal noch haufenweise brauchen. Wo sind die Steine? Da sind Steine. Dann können wir gleich nochmal ein paar Steinziegel fertig machen. Ich werde Weizen... Diese Samen? Die Samen gibt es doch gar nicht. Was haben wir jetzt hier? Ich denke jetzt hier. Barzewolle? Brauche ich nicht. Nein, ist unwichtig. Ach, das Baracy ist auch wichtig. Unwichtig. Was, Embaracy? Ja, Baracy ist sozusagen, äh, Gerstensaat oder so. Ach, Gerstensaat, Dings. Dingsbums und so, was? Ach, Dingsbums. Ja, das ist dann ja mal wieder klare Aussage von dir. Ich hoffe, du bist immer zufrieden. Ja, ich hoffe. Ich denke. Dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü-dü, da kommt der Wisp schon wieder angeschissen. Ich seh ihn aufm, äh, Geböns. Da ist er da hinten. Ha! Ich renne aber jetzt, äh, intelligent wie ich bin in die andere Richtung und hoffe, dass er mich nicht sieht. Man kann sich auch mal Eisen in Höhe bauen. Das war so geil. So, das reicht jetzt auch noch nicht. Der hat mich gesehen, die blöde Sau. Nee, der hat mich nicht gesehen. He, he, he. Hallo, hör mal auf zu klopfen da jetzt. Genau, klopfen sie mir nur woanders. 45 habe ich, also kann ich noch ein, zwei Bäumchen mitnehmen. Beispiel den hier. Der lief bloß auch gut, weil du brauchst nicht drei Stunden auf deine Sesslinge warten. Nö, die kannst du einfach alle runterpusten. Genau. Du kannst den Baum so richtig anblasen, wenn du möchtest. Ich sag dir jetzt nichts mehr dazu. Wir wollen das Thema jetzt hin. Wir wollen das Thema mal nicht vertiefen. Bis er sich schüttelt. Ach, das ist schön. Das ist diese Uhrzeit, das um diese Uhrzeit. Auf diesem Tag. Na, seid froh, dass heute nicht, ne? Dass heute nicht Samstag ist, ja. Der heilige Sonntag ist. Ach so, ach, der heilige Sonntag? 51, 10 gehen noch. Wolltest du der Kirche dann an die Glocken gehen, oder was ist hier los? Ich bin hier die Glocken läuten, ne? Ach so. Um acht, um zehn, um zwölf. Eins, zwei, drei. Also eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da muss ich hin. Da. Siehst du, kaum davon gesprochen, schon läuten die Glocken hier. Biss ja einer. Was sind für ein Busch hier? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Okay, das heißt, ich muss jetzt in diese Richtung. Drei, vier, fünf, sechs. Zwei, drei, vier, fünf. Ein Marbury? Du bist ein Marbury? Ich habe nicht nur die Büsche zerstört, die Büsche? Also die zerstört man. Die kann man mitnehmen. Die kann man mitnehmen. Du kannst die aber auch einfach mal ernten. Wer die mitnehmen kann, schmeiß man einen Pfeil weg. Dann kann die aber auch mitnehmen. Was denn für Büsche? Marbury Busch. Marbury vs. Marbury? Ich kenne Marbury, aber... Ich weiß ja auch nicht so. Wo ist da ein ganzes Höhle ist? Ich stimme Pfoten. wo oben das muss ich erst mal der rote kreuz aber aus dem Niederland gleich die Bomben setzen kann ich mache ja nicht nur so kleine Sachen wie ihr ich mache gleich richtig ne richtige Baumform von der vernünftigen Größe womit man auch nicht so weit zurück in die Höhle oder welche oben schneller war noch das kann ich dir leider nicht so an was soll ich dir nicht wirklich für zu holen ausgabe ich will mir mal markieren kann das gedöhnt sein stein hier kann wieder weg muss auch raus hier da ja ich bin in der Lava und schwimme ich doch drin angenehm warm wo muss den Fallschutz ja nicht auch muss ich nicht rauchen man kann es aber den Fallschutz nicht missbrauchen ach ach missbrauchen hier geht's rauch so klopft er jetzt an der Tür das kann er ich hab kein Schild mit ne schade ich wollte hier ein Schild anmachen Schild raus hier meins oder geh weg geh weg ja 1 2 3 4 5 6 da muss ich wieder zu machen weil mein Inventar restlos voll ist ja jetzt müsste man natürlich ne Ender Pouch dabei haben das wärs jetzt ja ne ich glaub ich müsste langsam mal ne Ender Pouch bauen ja ja lieber Snoopy was was ne Ender Pouch bauen oder Ender Chest und Ender Pouch das werden wir gleich mal einen Angriff nehmen wie verdammt nochmal geh ich denn jetzt von hier nach Hause das kann ich dir leider nicht erzählen das wäre ja 274 Meter 377 von wem ist das jetzt kürzer nach Hause von dir oder von ihm das kann ich auch nicht sagen weil ich nicht genau weiß wo du bist das ist doch gut so du weißt ja auch nicht wer die Mini ist die die finde ich schon ich komme ich komme zu dir in Farben im Zug na dann ich habe auch wieder Minecrafts eingesammelt also halt ich doch ne ich hab doch Minecraft hier natürlich Lore 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 das klingt immer wie so ein Name Lore Hermann stimmt wer war das noch das kenne ich immer her den Namen Lore Hermann ja ja auch ich kenne einen kleinen Bezug zu ich auch irgendwie nicht wenn einer weiß wer Lore Hermann ist schreibt es bitte in die Kommentare das ist die neue Bahnstrecke das ist die Lohmann Lore Hermann Gedächtnis Bahnstrecke man könnte den Schalter eigentlich noch ein bisschen verfeinern hier eine Bahnstrecke aber Schalter ja dann will ich ja nicht siehst du da musst du mal äh was anderes reinbauen was anderes ja und zwar ich meine es es gibt einen einen Detektor für Spieler in Zügen wenn du den da unterbaust wo da quasi ne das die Beschleuniger Schiene ist dann könnte er das dann soll ich da einsteigen und dann fährt er los und dann fährt er automatisch los das halte ich eigentlich für eine recht gute Idee oder was sagst du dazu ja kann man ne es gibt einen Schiendetektor Player heißt der glaube ich das können wir machen wenn alle Schienen zu allen Spielern fertig sind ja und alle Tunnel also können dann nämlich solche also den neuen Tunnel zu dem lieben Ragi rüber habe ich ja ähm schon auch angefangen wieder auszubauen das ist auch sehr schön aber irgendwo in der Mitte wirst du da eigentlich schon wieder was frisst du da eh warte ich lese dir das vor ja Sahne Nougat Baumstamm Sahne Nougat Baumstamm ist dann schon wieder Weihnachten oder was das ist überhaupt so fürchterlich weißt du diese Aufnahme die jetzt hier die ist jetzt ja Ende Mitte Ende September sag ich jetzt mal so und die kommt Weihnachten raus nein es nicht das aber du kannst jetzt schon die ersten Weihnachtsmänner kaufen in den Läden mhm das ist fürchterlich ich weiß meine was soll das kommen sie denn zu Ostern auch schon mit der Weihnachtsbeleuchtung in den nächsten Jahren oder was passiert hier ich hab keine Ahnung warum nicht was weißt du eigentlich ich meine ich darf mir Christian im Februar wenn Schnee liegt Christian Osterhasen ja das äh kommt erschwerend hinzu jemann kommen die Ostersachen zu Weihnachten raus und die Weihnachtssachen zu Ostern und dann sind die Leute völlig verwirrt dann wünschen sich die Leute vom Osterhasen irgendwelche Geschenke und äh versuchen die Nester vom Weihnachtsmann zu finden oder so ich weiß ja nicht ich weiß auch nicht wir kennen das von einem Bekannten da aber der auch der macht der steht ja auch Marzipan her ach hier in Lübeck nicht bei der namenhaft nicht bei der namenhaft bekannten Firma in Lübeck nein nein schade boah die stellen die Rohmasse dafür her ach Gott die stellen sie noch nicht mal mehr selber her die Rohmasse die kriegen sie doch zugeliefert ja ach du Schreck zugeliefert ne nicht alles aber sie kriegen zugeliefert aber der macht ja auch ne also jetzt vor Weihnachten naja fangen die an mit Ostern ne das ist fürchterlich ich finde das so überflüssig ja gut nicht überflüssig sie müssen ja einiges produzieren das ist klar aber also ich würde immer hier in den Main muss immer hier essen 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 aber ich finde es echt schlimm dass sie so früh damit anfangen schon die Dinger rauszuhauen ich meine das Produzieren ist ja eine Sache das muss ja schließlich gemacht werden aber man muss dann nicht schon Mitte September anfangen Weihnachtssachen zu verkaufen das ist nun völlig das steht ja auch immer nicht aber 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 Vielen Dank.